Sie sind auf der Suche nach einem innovativen Immobilieninvestment, das eine Lösung für zwei der größten Herausforderungen im Wohnbau bietet? Investieren Sie in Klimaschutz und Leistbarkeit. In Villach, der boomenden Wirtschaftsmetropole im Süden Österreichs, entstehen jetzt 95 neue All-in-99 Vorsorgewohnungen. Profitieren Sie vom durchdachten ökologischen und leistbaren Wohnkonzept für Jung und Alt im Herzen der Alpen-Adria-Region, die mit ihrer Berg- und Seenlandschaft begeistert. Das All-in-99 Projekt in Villach bietet mit seinen vier Bauteilen 95 moderne 2- und 3-Zimmerwohnungen in Gehdistanz zur stimmungsvollen mediterranen Altstadt mit ihrem charmanten Mix aus Tradition, Individualität und urbanem Lebensgefühl. Der natürliche Rohstoff Holz vereint modernes Wohnen nach dem neuesten Stand der Technik mit einem gesunden Wohnklima. Neben der umfangreichen All-in-99 Ausstattung verfügt jede Wohnung über großzügige Freiflächen. Eine Terrasse mit Garten oder eine Lodger mit Balkon sorgen für Naherholung direkt vor der eigenen Haustüre. Dank der Grundstückspacht auf Baurecht und der Systembauweise liegen die Herstellkosten von All-in-99 Wohnungen deutlich unter dem Marktdurchschnitt. Zudem schaffen die durchdachten Raumkonzepte attraktiven Wohnraum für Generationen. Die langfristige Vermietbarkeit der Wohnungen und ihre ökologische Bauweise bieten eine besonders nachhaltige Anlagemöglichkeit für ein arbeitsfreies, wertgesichertes Zusatzeinkommen. Zählen auch Sie zu den Investoren, die österreichweit mit ihrem Investment einen neuen Maßstab für innovativen, mehrgeschossigen Wohnbau in Massivholz setzen? Nutzen Sie jetzt die vielen Vorteile der innovativen All-in-99 Vorsorgewohnungen in dem Dienstag für Ihren Vermögensaufbau. und dann auch Sie sich auf einmal die Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.